Ich begrüße euch ganz recht herzlich zurück zu Tomb Raider 2 Staring Lara Koft. Und wir sind immer noch im Opernhaus und wollen mal gucken, wie wir hier jetzt weiterkommen. Da unten waren wir ja, wir sind ja jetzt nach oben gekommen. Hm, wie geht das jetzt weiter? Können wir die da oben abknallen? Natürlich nicht. Ich glaube, wir müssen da oben rauf. Oh, nein. Hier können wir nichts machen. Wir müssen irgendwie da rüber. Ich denke, wir sollten damit ein bisschen... ...Anlauf rüberkommen. Könnte gefährlich werden. Oder Gefahr ist unser zweiter Vornein. Nein! Okay, wir sind tot. Hm. Die Idee war nicht schlecht, aber wir müssen das Ding schon mal vorher ein bisschen runterholen, denke ich. Und mal drunter herlaufen. Genau das war der Plan. Dann sollte das doch jetzt was werden mit uns. Und was haben wir denn da oben? Ach, da ist gar nichts. Okay. Hm. 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 Das sollte doch jetzt was werden. Okay. Wollen wir uns mal jetzt hochhangeln. Den Schalter umlegen und dann gucken wir mal, was passiert. Gut. Da oben ist noch ein Schalter. Das heißt, wir müssen irgendwie natürlich noch hochkommen. Wird interessant. So weit, so gut. So weit, so gut. Hier sind wir doch schon mal. Da oben ist noch irgendwas. Frage, warum sind wir jetzt hier? Da ist noch eine Maus. Äh, warte. Kommen wir von hier aus da hin? Ich glaube, wir müssen. Sogar. Ich speichere einmal gerade. Okay, das hat gepasst. Na, ein interessantes Spielchen, was sich jetzt hier ergibt. Da muss man natürlich den richtigen Punkt treffen. Oh oh. Und, nochmal. Daher war jetzt relativ einfach. Jetzt sind wir da oben. Was machen wir jetzt mit diesem Schalter? Ich glaube, da hätte ich springen müssen. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Ich hoffe, dass sie nicht mehr gleich aussieht. Das sollte nicht passieren. Genau. Damit das nicht immer gleich aussieht hier. Ich hatte gerade richtig Bammel gehabt. Ah, das darf doch nicht wahr sein. Ich dachte, ich hätte den richtigen Moment abgepasst. So, da bin ich schon wieder. Da wurde ich gerade ein bisschen unterbrochen vom Telefon. Kann ja mal vorkommen. Oh, oh. Wo sind wir denn jetzt? Was ist denn hier los? Genau, da lief doch irgendwas verkehrt. Da hat mich das Telefon komplett aus der Fassung gerade geübt. Naja, was müssen wir machen? Ist halt so. Oh, oh, oh. Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt muss man natürlich den richtigen Sprung-Moment abpassen. Nämlich genau jetzt. Wir leben noch. Ich hätte das gedacht, dass wir das überleben. Soweit. Soweit, so gut. Okay, wir sind jetzt hier unten gelandet. Ich sehe gar nichts. Ich sehe hier gerade mal gar nichts. Deswegen, weil ich gar nichts sehe. Machen wir doch mal ein bisschen Feuer, ne? Ich sehe gerade mal ganz kurz. Ich sehe gar nichts. Ich sehe was. da hinten ist das da ist das da ist was gesehen ich habe was gesehen muss nur hinkommen da ist doch was gab es gesehen unter wasser sagt es nicht okay es wird ja auch keinen sinn machen das ist schon wieder dunkel das darf doch wohl nicht wahr sein aber immerhin haben wir ein secret gefunden da ist ein schalter da habe ich vollkommen gesehen aha aha da ist sie irgendwie keine ahnung was haben wir denn hier noch vielleicht sieht mir noch irgendwas anderes schönes ich hoffe mal nicht dass die tür so zeitlich begrenzt offen ist da ist auch nichts da ist doch irgendwas was haben wir denn da ein aha was ist das denn ein relais okay und klettern wir mal wieder hoch mal gucken wo wir hinkommen oder ist das der ausgang wo gerade die tür aufgegangen ist das sieht ganz danach aus so ist es auch jetzt ist natürlich die gute frage jetzt haben wir ein relais wo setzen wir das ein dieses relais das ist eine gute frage wo kommt das relais hin Ich speichere einmal. Nur zur Sicherheit. Hier ist nichts? Okay. Vielleicht müssen wir das Relea hier einsetzen. Ich weiß es nicht. Es sieht ganz danach aus. Guck einer an. Da ist doch was. Ah, diese Rattengeräusche. Die machen mich wahnsinnig, weil ich nicht weiß, woher die kommen. Eieieieiei. Noch ein Secret. Guck einer an. Hier darf man sich ja nur durchbewegen, sonst ist man ja hinüber. Da ist eine Tür. Und da ist sonst gar nichts mehr. Was haben wir denn hier sonst noch? Einen Schalter. Okay. Jetzt hat sich eine Tür geöffnet. Hm. Okay. War es diese Tür? Es war diese Tür. Und da lag doch noch was rum. Aha. Was haben wir denn da? War das Munition? Uzzis waren das. Die da einfach so rumlagen. Eieieieieiei. Aber was jetzt? Was waren wir da? Wir sind jetzt runter. Fahrstuhl voll. Fragen über Fragen. Jetzt haben wir uns die Leere gemacht. Ah, ich glaube wir müssen gehen mal eine Etage tiefer und gucken dann. Das ist nur die Frage, wie kommen wir hier am geschicktesten hinab? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube wir nehmen diesen Weg hier. Ah, guck mal einer an, da ist doch einer. Ich höre immer noch einen. Na? Bist du da unten? Da will ich hin? Nein. Wie es weiter geht, seht ihr hier im nächsten Teil. Nein. Machs gut, bis dann. Ciao, ciao.